Jagen weltweit präsentiert Bären und Moschusoxen Jagdabenteuer in Rumänien, Grönland und Kamtschatka Begleiten sie Jagdfilmer Patrick Kastner und seine Jäger auf drei Reisen in drei faszinierende Jagdländer Das urige Rumänien lockt Ralf aus Bayern schon seit langem Er jagt mit lokalen Jägern während ihrer Sautreibjagd auf Braunbär Ein Erlebnis der Sonderklasse Ein Jahr später zieht es Ralf mit zwei Österreichern in den hohen Norden Grönland ist ihr Ziel Die Erbstjagd auf Moschusoxen und Karibus weist zu begeistern Der Wildreichtum, die raue Natur und die freundlichen Grönländer lassen die Jäger ihre Heimreise nur schweren Herzens antreten Zu gerne wäre man noch länger geblieben Dass eine Jagdreise nach Kamtschatka auch heutzutage noch ein echtes Abenteuer ist erleben die Österreicher Franz und Freddy Sie kämpfen mit Nebel und steilen Küstenbergen die aufgrund der akuten Lawinengefahr nicht bestiegen werden können Hart für den Jäger, aber ein Paradies für starke Küstenbraunbären Ein weiterer Film des bekannten Jagdfilmers und Berufsjägers Patrick Kastner aus der Jagen-Weltweit-Serie Bestellen Sie die Jagen-Weltweit-DVD Nummer 42 Bären und Moschusoxen Jagdabenteuer in Rumänien, Grönland und Kamtschatka mit einer Laufzeit von einer Stunde und 30 Minuten In Deutschland per E-Mail unter kundenservice.shop at paulparei.de oder telefonisch über die Bestellhotline in Deutschland unter 0 2604 978 777 in Österreich per E-Mail unter pk.productions at r-line.at oder telefonisch in Österreich unter 0 2688 734 64 In Deutschland